In der heutigen Folge von Auf die Überholspur geht es vor allem um die Motorradfahrer und wie man mit einem Motorrad um eine Kurve kommt und was es mit dem Lenkimpuls auf sich hat. Die große Frage ist ja immer, wie fährt man mit einem Motorrad um eine Kurve? Und das ganz Entscheidende beim Motorradfahren, wenn man um eine Kurve fahren möchte, ist die Schräglage. Wir haben dir hier ein Beispiel zusammengestellt und zwar, wir haben beim Motorrad die Lenkradsperre reingegeben, den Lenker komplett nach links eingeschlagen und wir schieben das Motorrad, also Elisabeth schiebt das Motorrad, sehr aufrecht um die Kurve und dann markiert Alex mit einem Hütchen genau, wo der Vorderreifen zum Stillstand gekommen ist. Jetzt setzen wir das Ganze zurück und schieben das Motorrad noch einmal nach vorne, allerdings diesmal mit Schräglage. Und du siehst selber, dass der Kurvenradius wesentlich enger geworden ist. Und genau das müssen wir beim Motorradfahren auf der Straße auch machen. Wir müssen das Motorrad in die Schräglage bringen, um leichter und besser um Kurven zu kommen. Und es gibt eine Technik, die nicht ganz logisch nachvollziehbar ist. Nämlich das Fahren mit einem Lenkimpuls. Was heißt das jetzt wieder? Du kennst das sicher, wenn du im Bus stehst und der Busfahrer in eine Kurve lenkt. Es treibt dich durch die Schwerkraft, durch die Fliehkraft zum kurvenäußeren Rand. Und genau das gleiche passiert auch beim Motorradfahren. Was bedeutet nun ein Lenkimpuls? In diesem Fall möchten wir das Motorrad nach links bewegen. Wir drücken also mit der linken Hand nach vorne. Und wenn man sich das genau überlegt, lenken wir ja eigentlich nach rechts. Aber durch die Fliehkraft, das Motorrad möchte zum kurvenäußeren Rand, das wäre jetzt in dem Fall der linke Rand. Wir lenken nach rechts, linker Rand. Das Motorrad kippt uns dadurch in eine Schräglage nach links. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Das heißt, wir drücken immer dort nach vorne, wo wir gerne hinwollen. In diesem Fall eben nach links. In die andere Richtung wäre es natürlich genau umgekehrt. Wir drücken rechts an, lenken eigentlich nach links, aber durch die Fliehkraft kippt das Motorrad nach rechts und fährt natürlich auch nach rechts. In diesem Fall fährt Elisabeth ohne die Hände am Lenkrad zu haben. Sollte man im Regelfall natürlich nicht tun und wird nur ganz leicht auf der linken Seite andrücken und schau, was das Motorrad macht. Sie drückt nach vorne und das Motorrad fährt nach links. Und wir brauchen diesen Lenkimpuls bei jeder Kurve. Egal wie eng oder lang gezogen die Kurve ist, wir beginnen jede Kurve mit einem Lenkimpuls. Und dann kennst du das ja, das haben wir im Theoriekurs besprochen. Es gibt zwei Kurventechniken, legen und drücken, aber beide beginnen mit dem Lenkimpuls. Das heißt, nehmen wir an, ich möchte eine Linkskurve fahren. Dann würde ich mit der linken Hand nach vorne drücken. Das Motorrad lenkt eigentlich nach rechts, kippt aber nach links. Und dann kann ich mit dem Oberkörper mitgehen und habe dadurch die Technik des Legens gemacht. Das ist für lang gezogene, schnelle, übersichtliche Kurven. Wenn ich um ganz enge Kurven möchte, meistens sind es Rechtskurven, dann müsste ich die Technik des Drückens anwenden. Hier würde ich mit der rechten Hand nach vorne drücken, um einen Lenkimpuls nach rechts auszulösen. Lenke eigentlich nach links, Motorrad kippt mir aber nach rechts. Und jetzt würde ich das Motorrad wegdrücken von mir. Das heißt, das Motorrad ist in einer Schräglage nach rechts. Der Oberkörper bleibt aufrecht und somit kommen wir um ganz enge Rechtskurven herum. Manche unserer Kunden versuchen, das Motorrad mit dem Oberkörper um die Kurve zu bringen. Das heißt, sie werfen ihr ganzes Gewicht in eine Kurve und hoffen, dass das Motorrad nachkommt. Was passiert nur allerdings dabei, wenn wir mit dem Oberkörper fahren? Wenn wir den Oberkörper in eine Richtung bewegen, bewegt sich die Hüfte in die genau gegengesetzte Richtung. Das heißt, das Motorrad kippt genau in die andere Richtung im ersten Moment. Es kommt dann schon wieder in die richtige Richtung, aber ich kann das Motorrad nicht um die Kurve kontrollieren. Ich bin eigentlich Passagier und so wie der Kurvenradius am Beginn der Kurve war, wird er sich durch die ganze Kurve durchziehen. Ich kann da nichts mehr ändern. Wir haben bei uns eine Übung, wo wir das perfekt anwenden können. Das ist der sogenannte Ausweichhaken. Hier haben wir die Aufgabe mit 50 kmh bei Hüten vorbeizufahren und dann vor einem Hindernis nach links auszuweichen. Hier müssen wir links andrücken, also nach vorne drücken, lenken eigentlich nach rechts, Motorrad kippt nach links und wir kommen wunderbar bei diesem Hindernis vorbei. Der Oberkörper, wie du hier siehst bei Elisabeth, macht gar nichts. Es funktioniert mit einem Moped, es funktioniert mit einer 125 Kubik Maschine. Ganz egal, solange es zwei Räder hat, funktioniert das. Einfach mal ausprobieren, hier diese Lenkimpulse. Schreib uns in die Kommentare, wie es dir gegangen ist, wenn du diese Lenkimpulse ausprobiert hast und ob es vielleicht leichter war, um eine Kurve zu kommen. Wir freuen uns schon auf deine Rückmeldungen. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonnier den Kanal, erzähl weiter, dass es diese Videos gibt, damit wir uns alle sicherer und besser auf der Straße bewegen können. Wir freuen uns schon, wenn wir uns wiedersehen nächsten Mittwoch bei Auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.